So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und wer die letzten Streams verfolgt hat, merkt, ich bin immer noch nicht gesund, immerzu noch Hustenreiz da die ganze Zeit. Ich hoffe, wir kriegen diese Aufnahme einigermaßen rum, ohne dass ich hier neben der Spur liege und total am Sterben bin. Aber das werden wir gleich sehen, denn wir haben hier die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Shocker der Woche und heute die letzte Raid Mania für diesen Monat. Heute, Mittwoch, 18 Uhr, Raid Stunde, leider wieder mit Westbrit, hat dann drei Raid Stunden gehabt. Bin ich mal gespannt, ob immer noch so viel eingeladen wird oder ob das langsam abnimmt und nur noch ganz wenig Einladungen kommen für Westbrit. Ich werde auf jeden Fall wieder 18 bis 19 Uhr alle annehmen, also die mich einladen für den Westbrit Raid. Werde wieder Punkte verteilen zur Raid Mania und dann mal gucken, wer diesen Monat der Raid Mania Gewinner ist. Jetzt aber die Highlights der Woche und am Ende natürlich der Shocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Deverus so endlich auch eins. Shiny Ditto gegönnt. Ich finde die Farbe immer noch richtig genial. Guckt euch das an, sieht das nicht cool aus. Lief heute und gestern bei Joel. Zeigt uns hier, Shiny ist aus zwei Tagen. Shiny ist mitgenommen, Smetbo, Shamjan, Westbrit. Damit ist dann also auch diese Fashion Week beendet und am Freitag startet schon wieder das nächste Event, wo es aber keine neuen Shinies gibt. Leider Gottes. Dann Lost Lift, jetzt sind wir auch Lucky Friends. Endlich mit Lost Lift Lucky Friend geworden. Jojo hier im zweiten Raid auch Shiny Shinox mitgenommen. Manche brüten dir, manche machen Raids. Habt ihr auch ein Shiny Shinox mit Mütze? Und wenn ja, Raid oder Ei? Schreibt es mal in die Kommentare. Bockwurstking hat hier noch ein Smetbo mitgenommen. Wieder Sigmundsburg, Thüringen. Thüringen, ihr wisst Bescheid. Dann der Robin, der hat uns alle nackig gemacht. Guckt euch den Robin an. Robin Schviers. Willkommen bei Shiny Mewtwo. Ich habe leider kein besseres Bild. Er hat letztens in einem der Streams einfach eine Shiny Mewtwo Mitgliedschaft abgeschlossen. Für 99,99 auf dem Kanal. Das ist das dritte Mal, dass sowas vorkommt. Wooser war der erste. Olaf war der zweite. Robin ist der dritte. Guckt euch das an. Sören dann hier. Meine Freundin sagte, sie geht erst wieder mit mir ins Bett, wenn ich einen Ring kaufe. Ich hoffe, er gefällt ihr von der WWF. Guckt euch das an. Ein Ring um das Bett rum. Das fände ich cool. Vielleicht sollte ich das auch mal zu Pupsi sagen. Mal gucken, was sie dann macht. Gossi. Sehr wichtig. Super zu gebrauchen. Nicht. Ist zuverglücks geworden. Die Bunge mit Mütze. Natürlich nicht entwickelbar. Aber hat sie ja schon selber gesagt. Auch nicht wirklich zu gebrauchen. Läuft heute. Dankeschön. Auch an Deverus. Bei der Heike hier. Smetbo mitgenommen. Rihorn als Hunderter. Und vor allem Lin Fu als Hunderter. Ich glaube, Lin Fu ist jetzt schon das Highlight. Kriegt ihr ja momentan nur aus der GBL. Das als Hunderter. Ist wirklich eine feine Sache. Endlich bekommen wir in 100% Henry Nicky hier mit einem Hunderter Skoppel. Geitsch gönnt sich auch noch einen Smetbo. Geitsch gönnt sich noch einen Nagelotz. Geitsch gönnt sich noch einen Kirlia. Ich habe jetzt manche Leute, die haben mir 10 Kirlias geschickt. Da habe ich trotzdem nur eins mit rein. Dass man weiß, die haben das auch. Aber ob die das jetzt 10 mal oder 20 mal hat, sollte da nicht so wichtig sein. Wundert euch also nicht, wenn manche Bilder fehlen. Wenn ihr was geschickt habt. Dankeschön Ramon. Hier Henry Nicky auch shiny Tobos mitgenommen. Haben auch gestern Abend nochmal Rates für Zuschauer gemacht. Und eben nochmal Selfie Rates. Also Seife. Hier auch ein Selfie zu sehen. Beim Lost Lift. 25 Euro aufgeladen. Nur 2 Rates gebraucht. Dann habe ich noch was für Giratina bald. Und das fand ich richtig cool. Denn ich hatte ja Tobos und Vesprit als Lucky Shiny mir schon mit dem Glücksfreund getradet. Nachdem ich die Shinies auch so dann hatte. Selfie hatte ich shiny. Aber ich habe das Glücksshiny noch gebraucht. Und egal welchen Glücksfreund du hattest. Keiner hatte einen Lucky, äh keiner hatte einen Shiny Selfie. Lost Lift hat gesagt, ich hole dir eins. Hat 25 aufgeladen. Und im zweiten Raid das Shiny bekommen. Hat er mir dann rüber getauscht. Als Glücksfreunde und so weiter. Fand ich auf jeden Fall eine coole Sache. Dankeschön dafür nochmal. Dass er das extra für mich gemacht hat. Bierbenny auch schon wieder Glücksfreunde geworden. Dann Thomas braucht man aus Gera. Ein Kryptoser Mutzel mit 0% EV. Danke für den Stream. Auch Shinaya hier. Shiny Tobos mitgenommen. Und nun habe ich alle drei Shindaya auch mit dem Shiny Selfie. Bockwurst King, Shiny Kusilla. Wohl gebrütet aus dem 7km Ei. Nachgefühl 300 Quests beim Bierbenny. Dann auch das Shiny Sneebel. Konnte man questen? Konnte man raiden? Was habt ihr gemacht? Und habt ihr einen Shiny bekommen? Ich habe meins ertauscht vom Pumagirly. Aber das weiß keiner. Außer jetzt. Außer die, die das jetzt gerade gucken. Kate Joga. Shiny Elezeba mit Kostüm. Jewel. Shiny Gly Bungle. Kenny hat auch wieder getauscht. 100% Käufer mitgenommen. Dann das beste Beispiel dafür, wieso ich immer sage. Schickt mir bitte nur Telegram, Facebook oder WhatsApp. Schickt nicht in Discord oder Instagram. Denn genau so endet das, wenn ihr mir in Instagram was schickt. 100% Käufer im Formwandel. Glückwunsch an Mr. X. Weil steht ja kein Name dran. Steht gar nichts dabei. Deshalb war es das zwar geschickt. Ich habe es mit reingenommen. Habe ich dir auch gesagt. Aber ihr seht, wenn ihr Bilder bei Instagram schickt, kann ich sagen. Guckt mal. Keiner weiß von wem es ist. Außer man nimmt die zweite Methode. Und zwar die hier. Glückwunsch an Jedi Jeje8. Glückwunsch an was auch immer das ist. Weil man sieht jetzt den Namen von wem es ist. Aber man sieht das Bild halt nicht. Das ist das Problem, was ich immer meine. Deswegen sage ich nichts bei Instagram. Lieber alles andere. Gut, man sieht, es ist ein Shiny-Tobuz mit 100%. Aber es fehlt halt oben und unten alles. Das finde ich halt immer total kacke. Also so ist es kacke, weil man nie weiß von wem es ist. So ist es kacke, weil man weiß von wem es ist, aber nicht richtig sieht, was es ist. Und das sind zwei verschiedene Leute. Und die sind beide bei Instagram. Und daran habe ich euch das nochmal gezeigt, dass es schöner ist wie hier. In Telegram, da habt ihr nämlich den Namen unten. Selal schickt Shiny Kramurx. Habt ihr schön das Bild drauf. Dann hat Selal noch ein 100er Traunfugiler löst. Hat ein 100er Quabbel mitgenommen. Shiny Vesprit mitgenommen. Noch ein zweites hinterher. 100er Ditto, wo er aus dem Feldforschungsdurchbruch. 100er Natu. Shiny Smetbo. 100er Sneebel. Aus einer Quest denke ich mal. Weil der Bogen, es müsste Level 15 sein. Aus einer Quest 100%. Selal hier auch noch. Shiny Natu. Shiny Pikachu. Shiny Sharnera. Dann aus der Rampenlichtstunde wohl zwei Shiny Mauzis hintereinander. Angeblich waren die richtig krass geboostet. Wildes Slatter King wieder mal mit 2318. Sieht immer noch cool aus. Ist aber total unnütz. Dann Petitsa Shiny auch mitgenommen. Shiny Pantimimi gebrütet. Level 20. Sieht man jetzt an dem Bogen, dass der so 3 Viertel ist. 100% Makuhita erlöst. Auch von Selal. Diesmal gar nicht so viele lustige Bilder, aber viel mehr Pokémon-Bilder. Koselinchen hier. Shiny Vesprit. Shiny Smetbo. Shiny Taubseal. Zwei Shiny Mauzi. Lost Lift. Zwei Shiny Mauzi. Seht auch 1835, 1836. Direkt hintereinander. Und eigentlich war die nichts Besonderes, die Stunde. Aber im Endeffekt war es wohl die beste Spotlight-Stunde in letzter Zeit, die es gegeben hat. Denn... Ist ja ein Pokémon, was man sonst nur aus den 7 Kilometer Eiern bekommen hat. Viele haben das Shiny noch gebraucht. Das Shiny war richtig krass geboostet. Nicht so wie sonst. Und zusätzlich hat jedes Mauzi 750 Staub gegeben. Statt 100 Staub. Und das war auf jeden Fall auch mega krass. Sir Ups, danke euch sehr. Im Abschluss Raider halten. Auch noch hier ein Tobuz Shiny mitgenommen. Was die Idee. Shundo Lucky Trade mit Seppo. Mein erstes Giratina-Urform. Und dann auch noch 100%. Also... Eigentlich ist es ja nicht Shundo. Eigentlich ist es ja Schlundo. Shiny Lucky Hundo. Ja. Ein Schlundo auf Level 40. Jetzt Giratina-Bomboms fahren, wenn Giratina kommt. Nach Genesekt. Und dann auf Level 50 ziehen. Wäre übelst nice. Scheffe. Die Woche war eher massig schlecht. Das war es schon. Liebe Grüße, Scheffe24.de. Hat ja einfach 100er Dusselgur mitgenommen. Dabi hier auch. Smetbo Shiny mitgenommen. Shenaya mit ihrem 100% Sleevel. Nicht aus der Quest. Denn das ist auch Level 20. Ist also aus einem Raid. Sieht man hier trotzdem. Ist eigentlich eine coole Socke. Zum Sammeln auf jeden Fall. Kannst du nicht entwickeln. Aber 100er in dem Kostüm finde ich auf jeden Fall genial. Shenaya hier auch noch. Shiny Blutzug mitgenommen. Tick Keks Lord. Haupt Account. Ich liebe es. Richtig geil, dass das ein 100er geworden ist. 100% Shiny Lucky Selfer. Also auch ein Schlundo. Ja. Shiny Lucky Hundo. Dann Andy Project. Danke. Etwas für Raider Mittwoch. Bin Andy Project. Genau. Steht ja auch da. 100er Selfer. 100er Shiny Lucky Selfer. Finde ich aber, das sieht viel besser aus. 100er Shiny Selfer. Also Schundo und Schlundo. Weil das noch Lucky ist. Ich finde aber ein 100er Shiny tausendmal besser als ein 100er Lucky Shiny. Guckt doch mal. Cooler Hintergrund. Scheiß Hintergrund. Cooler Hintergrund. Richtig hässlicher Hintergrund. Deswegen Grüße heraus an Andy Project. Aber der Keks Lord freut sich natürlich trotzdem. Da sammelt er die Lucky Shinies. Leon Petzold. Sucht eigentlich Smetbo. Kriegt Killia. Sucht weiter Smetbo. Kriegt Killia. Zweimal hintereinander. Fand ich cool. Gossi. Auch richtig cooles Bild. Haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Der Wolf im Schafspelz. Guckt euch das an. Das Schaf und der Hund. Der Pudel. Sieht irgendwie identisch aus. Muss man schon sagen. Jonas. Hey Ramses. Hier mal mein Fang des Tages. Hat er natürlich direkt als Shiny Lucky Barschwa gefangen. So wie es ist. Ist natürlich getauscht. Aber der Fang des Tages. Der Trait des Tages. Trotzdem Glückwunsch natürlich hier an dieses hässliche Shiny. Lucky Barschwa Schlundo. Sören hat jetzt auch seine Stolos Familie voll. Also seine Stolunio hat ein Stolunio Jahrhundert dann auch mitgenommen. Da auch alles voll. Sören. Nicht gut. Aber Shiny abendlicher Raid. Wer macht denn schon Smetbo Raids? Sören natürlich. Shiny Smetbo mitgenommen. Purkart hier. Hunderter Otaro. Shiny Vespret. Shiny Glibungel. Wildes Letterking. Shiny Wumble. Shiny Ineko. Shiny Charmian. Shiny Lezepa. Jetzt kommen wir wieder zum Master of Disaster. Denn der Mago Fedex. Der war ja letzte Woche Schocker der Woche. Der hat alle als Shiny gehabt. Und alle als Hunderter gehabt. Jetzt hat er schon wieder einen Hunderter Vespret. Der hat also zwei Tobuts gehabt als Hunderter. Jetzt hat er zwei Vespret als Hunderter. Hat einen Selfer als Hunderter. Alle viermal. Viermal Shiny Selfer. Viermal Shiny Vespret. Viermal Shiny Tobuts. Sei ihm gegönnt. Und dann hat er noch einen rausgehauen. Der dritte wollte nicht. Zack. Das dritte hundertprozentige Tobuts ist geflüchtet. Das fand ich wiederum witzig. Chevy hier auch. Lucky Day. Dreimal Kirlia an einem Tag hintereinander. Die Familie wächst. 100% Käufwaffe in drei verschiedenen Formen. Nimmt man auch mal gerne mit. Chevy Art 100% Kirlia. Kann man auch wild fangen. Hat er ja auch mitgenommen als Event. Pokémon. Für die Sammlung. Warum nicht? Chevy noch mit einem Shiny Gribunge. Bäh. Ivanovic. Also der Drache. Ich hasse kostümierte Hunderter. Ich finde sie cool. Aber wie gesagt. Kannst du nicht entwinkeln. Wäre es ein Hunderter Sneebel normal? Klar ist die Bunner richtig fett. Eisangreifer. Und Lichtangreifer vor allem. Aber so ist es halt eine Rachidät für die Sammlung. Fertig. Läuft heute. Aluhut. Kirlia. Aluhut. Smedbo. Aluhut. Sneebelhut. Aluhut. Käufwaffe 100%. Bei ihm wächst auch die Sammlung. Der hat auch jetzt so viele Käufwaffe. Hat mir auch seine Übersicht wieder geschickt. Hab ich gar nicht mit reingenommen. Stehe ich doch drüber. Muss ich hier alles reinnehmen. Snubbull 100%. Elyseber 100%. Elke hier. Grunjowild 100%. Mit Grün auf dem Kopf. Und hier mit Herbst. Rot. Laub auf dem Kopf. Hier sieht aus wie zwei mega große Elgenwürmer. Maden. Die an den Kopf ran und dann den auffressen wollen. Elke noch mit einem Shiny Torwurz. Ramses. Lennart hier mit einem Shiny Scheinux. Ramses. Nein. Lennart hier mit einem 100er Glibungel noch hinterher. Zeigt uns, dass er sich jetzt hier im Spiel da einfach mit dem modebewussten Rübel am Homestop getroffen hat. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dann wildes Riezer rausgefangen. Früher Vierer Raids gemacht. Heutzutage wild fangen. Ist auch natürlich nett. Lennart hier noch 100er Hypno-Morba. 100er Krypto. SEPA. Fettes Teil. Glückwunsch. Nach 1498 Rocket Rübeln. Gregor noch mit einem Shiny Scheinux. Heiko zeigt uns seine Selfes. Beste 96. Zwei Shinies. Wesbritz. Beste 98. Zwei Shinies. Und beste Turbuts. 98. Zwei Shinies. Und Kryptofamilie wächst auch. Samurzel. Blanas Tengulis ist jetzt voller. Aero Kacksprü. Kani Vanya haben wir hier. Thomas Bo. Auch Shiny Elezeber. Thomas Speck. Irgendwie screen ich die immer nacheinander ab. Thomas Bo. Thomas Speck. Thomas Speck wäre auch was für Thomas Rote. Der ist der Schwert immer auf seinen Speck und seine Eier. Thomas Speck auf jeden Fall. Käufer 4. Grün. Käufer 4. Pink. Käufer 4. Orange. Alles 100. Alles mitgenommen. Auch den blauen Knubbel. Jan Lehmann hat jetzt getradet und aus dem Trade jetzt dann ein 100% gesehen. Näher soll er halten. Ohne Lucky. Ohne irgendwas. Finde ich auch richtig stark. Gangster Pikachu. Auch nochmal. Shiny Sneebel. Shiny Gli Bungel. Shiny Smedbo. Shiny Mauzi. Shiny Roselia. Gangster Pikachu zeigt uns. Arno wollte auch bei der Fashion Week dabei sein. Arno einfach mit Perücke, mit heftiger Hose. Sieht das nicht cool aus? Das ist eines der besten Bilder glaube ich. Und genau aus der Arno ein 100% bekommen. Also ein erlöstes 100% Blutzug. Boba Mode zeigt uns noch. Die Anzeige ist nicht so ganz genau. Da könnt ihr nämlich euer komisches Godzilla einfach auf 9999 dann. Und das wäre auf jeden Fall richtig cool. Irgendwie ist ja auch alles französisch. Julchen Glückstausch von Drachen Fai. Mit Moonlight in the Shadow. Guckt euch das an. Rotom. Lucky. 100. Ist eigentlich genial, oder? Muss man so sagen. Geht nicht anders. Wie ein C-Day. Was macht die Scheibe da? CD. Wie eine CD. Wie ein C-Day. Ein Community Day. CD19 Shiny Mauzi aus der Rampenlichtstunde. Das waren jetzt auch schon die Highlights der Woche. Jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der ist diesmal was ganz eigenes. Denn der Schocker der Woche kommt diesmal vom Lennart. Deswegen kann ich das Schillingbild nicht zeigen. Wie sonst immer. Aber wir gehen mal hier drauf. Lasst es auch mal auf euch wirken. Einfach dieses Video. Was er mir hier geschickt hat. Da seht ihr schon Ditto. Aber irgendwie ist in dem Ditto noch ein anderes Ditto. Der Ball prallt einfach ab. Das hat einfach vier Arme. Zwei Stirns. Ach und dann ist es weggesaugt. Und jetzt seht ihr das andere Ditto steht irgendwie falsch rum. Oder hat gar kein Gesicht. Oder es steht Rücken an Rücken die beiden. Lustig aber wie der Ball so daneben liegt. Und es einfach so da rum hängt. Und dann fängt er das. Dann denkst du der Spaß ist vorbei. Der Spuk ist vorbei. Dann siehst du aber die Anzeige noch da. Da sitzt halt noch was. Es sitzt halt irgendwie immer noch Ditto da. Er kann auch noch Bälle auswählen. Er kann auch noch Bären auswählen. Er kann sogar eine Bäre füttern. Auf das Pokémon. Er kann trotzdem den Ball nicht nehmen und werfen. Er hat oben auch noch das Fluchtsymbol. Da würde er jetzt auch gleich noch draufdrücken. Ein paar mal hier. Er versucht zu fliehen. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Also das Spiel hat ihn komplett hops genommen. Fand ich auf jeden Fall cool. Sonst haben wir immer krasse Fänge, krasse Sachen. Aber so ein krasser Bug habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. So einen krassen Bug. Möchte ich auch mal reinnehmen. Das auch mal. Grüße an den Lennart natürlich. Und das waren die Highlights der Woche. Das war der Schocker der Woche. Eigentlich müsste es der Bug der Woche sein. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Stunde wieder. In der Raid Mania. Ladet fleißig ein. Wenn ihr noch Raid Mania Punkte braucht. Oder spart eure Pässe. Ladet nicht ein. Dann spare ich nämlich auch Pässe. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und das alles ohne einmal zu husten. Bis zum nächsten Mal.